Was ist das Thema Open Access? Wir haben natürlich auch unsere Open Access Strategie weiterzuentwickeln und darüber informiert Sie kurz mein Kollege Herr Woll. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wie die Strategie zeigt, wir haben noch etwas Nachholbedarf, um den grünen Weg umzusetzen und wir haben vor diesem Hintergrund eine kleine Machbarkeitsanalyse gemacht mit drei Zielrichtungen. Wir haben einmal versucht, den Bedarf in der Community zu ermöglichen. Genauere Ergebnisse finden Sie dann auf unserem Poster. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus